Willkommen zu Frixx, wenn der meinst du vorgekriegt so ein Frixx, ey. Einfach mitten drin, ey. Da hält man sich hier ganz schön. Und Maschuh macht seine Ankündigung mit rein. Meine Meinung ist Batman, die jetzt hier gekauft, Bitches. Das war ne Glanzvorlage. Die war schon ganz gut. Ich hab euch ne Vorlage gemacht. Und ihr verkackt Spider. Er sagt, ihr verkackt Spider und der haut den rein, Alter. Hat auch keine Orgen im Kopf, ne? Ihr habt's ja schon gehört, Mr. Pifa und der Pader sind dabei. Wir spielen's. Standard 3 gegen 3 gegen irgendwelche Bobs. Ich bin doch nicht Pader. Wieso kannst du mich mit Pader verwechseln? Ich hab wieder Funky Dorter vergessen. Ich hab auch Graf Borno vergessen. Das war mal in der nächsten Folge, liebe Zuschauer. So, der geht rein. I don't really. Ach, der ist schon der erste Rage-Schritt. Nein, der geht schon raus. Ich finde das geil, wie die Karre zusammenklappt hier, wenn du Booms machst und fliegst. Werden wir gerne mal sehen, da hinten steht der Pader. Da ist das Bettmobil. Da ist das Flach. Wie deiner Mama. Wie immer. Ich gehe nicht hinten ins Tor rein, egal wo ich stehe. Das ist flach aber lang, Alter. Ah, komm. Ah, der hätte aber sein müssen. Nein. So. Machen wir mal so. Gar keiner. Oh shit. Ich hab mal gesagt, ich gehe nicht ins Tor. Wieso nicht? Ja, weil ich nicht ins Tor gehe. Gehst du hin da, Maschen? Ja, ich bin hin. Kann ich mal ganz kurz hier ein bisschen leiser machen. Das ist mega laut. Wow, die kommt fies. Kannst du auch gleich leiser machen. Batman ist da. Batman? Läuft die da nicht bei mir hier? Oho! Ja was denn nice, der kam überraschend. Nice, der kam nicht überraschend. Doch, ich hab grad nicht aufgepasst. Ja das hab ich gemerkt. Ja, wenn du dir aufgepasst hast, kam der trotzdem nicht überraschend. Weißt doch, wenn ich der Teufel... Ne. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, dann sieht die der Teufel. Ja ich bin hinten. Dann bleib mich halt hinten. Bleib doch mal hinten, jetzt kannst du doch üben mit dem Folgen. Nein, will ich aber gar nicht. Ich will das nicht können. Die Tore schießen. Das kannst du auch nicht. Doch kann ich das. Besser als du, besser als du. Jetzt Pieper, kommt deine Chance. Ja siehste, ich sag doch, ich kann das nicht. Dein Neiben. Wow, Gott sei Dank. So, sauber, oh shit. Oh, du bist so ein Affe, man. In deinem Livestream hab ich glaube ich mehr Tore geschossen als du. Also von daher. Das glaube ich. Doch, das glaube ich schon. Was war ich denn hier? Ach, scheiße. Du hast den Baller genau so wenige. Du wolltest mir noch einen erzählen. Ich hab zwei Tore gemacht. Ja, komm. Ein paar hat dir günstig vorgelegt. Einer hat dir günstig vorgelegt. Ach als Paul. Wenn ich ein bisschen besser treffen könnte, hätte ich mindestens eins davon abgestauten. Abgewehrt, Bitch. Abgewehrt, Bitch. Das war ne gute Finde von uns beiden, Luca. Ja. Beziehungsweise ich hab gefindet und du hast die... Du hast gefindet? Gefindet, Alter. Ja. Was heißt du in der Fachsprache? Ja, was du für eine Fachsprache hast. Du bist der Finderer. Wenn du kein Profi bist, Alter, dann weiß ich es auch nicht. Wenn bei dir eine Analia ermördert wurde, will ich deine Fachsprache nicht kennen. Er mördert. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Ach, Scheiße. Die zwei Öhaler-Team. Gar kein Problem für uns. Kein Problem für mich, Schwieger. Lackschuh? Easy, Bitches. Erstmal kurz zur Fresse ab. Du rast sie gleich wieder aus, ey. Lol. Nein. Ich bin nicht gut. Ja, sehr schön. Zeig, was ihr draus habt. Was ihr draus habt. Was ihr draus habt. Was ihr draus habt, ey. Was ihr draus habt, ey. Der war für dich. Was ihr draus habt. Ey. Verstehst du, du? Der ist auch für dich. Der ist schön. Super, super Finte. Ja. Ja, immer. Ich hab den getroffen, du Arsch. Machst du? Du darfst allerdings keine Finte machen. Das sollte nicht sein. Keine Finte für mich. Ich hab den Mushroom. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, Pieper. Winkel wie dann hier erwischt er. Batman kann auch nicht alles machen. Nicht? An den Joker und alle hat er aufgehalten. Boah. Boah. Der hat Maschum kaputt machen lassen. Der Maschum hat schon zwei Tore reingelassen. Ich noch nicht. Ich hab dafür auch zwei Tore gemacht, okay? Ja, das gleicht sich aber nicht aus. Du musst ja doppelt so viele Tore machen, wie du reingekriegt hast. Ich bin hinten. Sonst zählt er nicht. Du hast den Weg, du Idiot. Boah. Boah. Gut gemacht, FIFA. Ja, immer. Das war die Finte. Damit entschuldige ich jetzt alles. Haha. Zack. Ich dachte, ich leg's mal ganz schön vor. Ey. Oh. Der hat mich verarscht. Ja. Ja. Ja, sorry. Wie war das mit nicht rausfahren? Wie war das mit nicht rausfahren? Guck mal wieder. Die Batman Karre ist doch so schmal, so flach. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Ach, halt. Jetzt kommen die Ausreden. Alter. Wie fahrt Bitches. Schreibt der Easy Bitches, Alter. Ja, ich will's noch spannender machen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weil jetzt haben die die Anspannung, Leute. Damit kommt nicht jeder klar. Ha! Nein! Ich hab keinen Boost mehr. Das haben wir noch nicht gerechnet, ey. Ja, mach schon. Erst du jetzt vergeigt, ne? Ja, der kommt wieder vor. Wunderbar. Du wär der Wichser, Mann. Du kriegst den Ball nicht. Was? Jetzt leid ich der mich auch noch hier. Ah! Wie war falsche Richtung? Ja. Die Richtung war schon richtig, aber der Winkel war falsch. Die Richtung war schon richtig, aber der Winkel war falsch. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich lock sie weiter. Ah! Die kommt sauber! So. Jetzt aber. Falt nicht. Nee. Irgendwie nicht. Das gibt mir Verlängerung. Uah! Sau! Ey, dieser! Ha! Ha! War noch ein Versuch, Partner! Ich fahre? Ich hoffe. Ihr wollt mich in der Verlängerung im Tor lassen. Ihr seid doch bescheuert, ey. Oh, shit! Dann lass Maschrum zurück oder was. Ich weiß es nicht. Nein! Mach jetzt rein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Pipa! Oh, oh! Pipa! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, shit! Ich hab's euch gesagt. Was für die im Tor stehen. Wurstack! Ja, da konnte ich nix machen, Alter. Ehrlich. Wie war das mit Easy Game? Haben die uns wirklich ausgezogen, Alter? Ja, da konnte ich nix machen. Ich wollt den... You spoke too soon, Partner. Geil. Lass mal ein Rematch machen mit dem. Alles klar, Mann. Ja, da hat er ne Pfanne gekriegt. Weißt du, so wie man in den Wald ruft, so schallt's auch wieder raus. Ja, das ist doch gerade witzig. Komm, der eine muss auch noch abstimmen hier. Oder Pada, hast du schon abgestimmt? Ja. Pada hat aber nicht bereit gedrückt. Ja. Drück mal bereit, Junge. Ja, ja. Seit dem Day-One-Patch muss man beides machen. Haha. Day-One vor allem. Oh, die Karre wummert so schön. Wummert, 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 wummert. Bonesaw! Seid ihr da hinten? Ach, der war doch ja aus Spider-Man 1, ne? Ja. Bin hinten. Ich nicht. Go, go, go! Go, go, Spider-Rangers! Spider-Rangers, sagst du? Spider-Rangers? Spider-Rangers! Wie viele Runden machen wir eigentlich? Äh, ja, best of three, würd ich sagen. Weil? Best of three gegen... Ah, fick den! Hä, best of three gegen Randoms oder was? Ja, ja. Hä? Ja, ähm... Das best of macht keinen Sinn. Sag einfach drei Spiele, dann passt das. Wenn wir zwei Spiele gewinnen, dann nur zwei Spiele. Wenn wir ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen. Ach so, alles klar. Ich hab bei Derbeck gerade als Tormann, äh, ein Tor gemacht, gell? Ja, sei leise. Bitches. Willst du nur mal sagen, dass ich meinen Fehler gerade wieder mitgemacht habe? Sei mal leise. Keine Mark Angeber. Oh. Pipa, die war schön! Ja, es klappt wie immer, aber wenn's klappt, dann klappt's auch. War's dann geklappt? Es liegt ja schon mal... Er ist schon wie sein Pinke-Fresser. Oh nein. Was für die Idee, wie die Idee? Wir klicken auf den Sarg, Alter. Ich fahre. Ich bin hinten. Lass mir doch mal den Spaß. Ist doch nur ein Spiel hier. Ach Quatsch, ist das ein Spiel? Ich wusste das gar nicht. Gut, dass du mir das gesagt hast. Ich dachte immer, das wär ernst. Ja. Kann man auch mal verwechseln. Ja, ist okay. Yo. Yo. Ja, Schild hätte den jetzt nicht gehabt, hätte ich ein Tor gehabt. Hätte, hätte, hätte. Wenn gar keine Spieler auf dem Feld wären, würde ich auch zig Tore machen. Nee, weil der, weil der, weil der Tormann gerade draußen war. Waschu? Eifer, Maschu, auch für den letzten drüber, ey. Ach du bist da der. Oh, ist ein Wichster! Schieb ihn rein! Das kann den von hier aus nicht reinschieben. Jetzt aber auch weg. Oh, Pardot, du Wichsers! Wir haben gestoppt, Mann! Alter, was für Parade, was für Vorlage von Dingens hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Du musst erstmal vorbleiben, Maschu, du warst Tormann, Alter! Alter! Warst du da vorne? Easy Game! Bist du doch wieder hinten? Ich bin hinten! Sehr gut! Ey, ich war sogar so im Konter, verstehst du? So im Flow! Oh, die, die kommt böse! Die kommt böse! Ja, nice! Hast du selber noch reingedrückt, ey! Echt? Ja, hast du! Ja, hab ich gar nicht mehr mehr. Da gibt's sogar so ein Plopp-Geräusch, wenn du den Ball berührst. Oh! Hättest du ihn nicht berührt, wäre der vor deinen Füßen gewesen, da hättest du nochmal wegschießen können. Ja, ja. Egal. Passiert halt. Scheiße! Dumm! Aua! Scheiße erwischt, Mann! Vorbeigespielt? Nein! Schön! Ich komm gleich wieder, ich muss eben tanken fahren mit dem Auto, ne? Ah, so ein Sackgesicht, Mann! Vorbahn, pass auf! Ja? Ja, ich spring wieder drunter her, ist klar. Wow, Partner! Ja, ich bin auch dran vorbei. Ja, die Kamera fällt sich irgendwie anders hier. Ja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ne? Ist das Batman-Mobil schuld. Alter! Ich wollte nur mal anmerken, wir haben 3-0 geführt. Naja. Ich wollte nur mal anmerken, das Spiel ist noch nicht durch. Jetzt machst du rein! Boah, schön! Ja, rein hätt ich ihn nicht gekriegt, aber... Ah, du bist ein Arsch, Mann! Hauptsache, ich flieche erstmal über die halbe Map, ey! Das, 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 das! Vater, mach sie schön! Oh! Oh, der kommt gut! Ja, ich spring wieder dran vorbei! Ja, ich spring wieder dran vorbei! Alle dran vorbei! Ja! Komm, du erwischst auch nicht jeden! Ich steh' immer nicht an! So! Die Fahrt hat er gegen dir! Alter, erzähl doch mal auf! Hör mal auf hier! Nein! Machst du! Machst du! Das ist ein Drecks-Bad-Mobil, Alter! Ja, sicher! Das ist natürlich Worst-Case, ne? Ja, Mann! Zumindest, wenn die dann auch da dran kommen, so wie jetzt! Huch! Sorry! Taut der mit dem Booster weg, ey! Pader, Pader! Pader! Boah, Pader! Super gemacht! Jetzt... Fetzt mich doch! Kenn ich nicht anders, ja! Schön! Ach, das kann nicht wahr sein, ey! Nicht schön! Das ist nicht schön! Wär da nicht dran gekommen, wär ich dran gekommen! Ah! Hat der mir denn da weggelunzt, dieser? Haut ne Wecker! Schön! Ich bin in der Mitte! Ja! Scheiße! Das kommt ja jetzt auch so halbwegs hin! Nee! Aber leider nicht so wie gewollt! Pader! Schön! Ja, schön! Boah, die geht rein! Alter! Das ist ein geiles Pader-Tor! Jetzt kannst du noch mal Easy-Bitches schreiben! Alter, könnt ihr das sagen! Puh! Wie schön, da geht Hader noch fliegt! Ja! Bam! Hat man auch nicht immer! Danke! Wunderbar! Selbstverliebt ist er ja manchmal, ne? Ja, schon! Und rein damit! Boah! Da hätt ich nichts machen können, selbst wenn ich eher dran gewesen wär! Waschum? Hopp! Ja! So ein alter! Ach den! Was für dein Pieper! Zugzeug da? Oder was? Ja! Boos einsammeln! Da hab ich gleich nichts, wenn's drauf ankommt! Ja! Schieb mich noch weg hier! Oh! Noch ist er heiß! Pader! Komm! Sehr schön! Ja! Ich hab dir mal einen gut vorgelegt! Ja! Ja! Der war echt gut! Der war echt schön! Ja! Jetzt alle am produziert hier! Alle, alle große Pferde, mein! Ja! Ja, jetzt dürfen wir ja auch, ne? Das heißt, wir spielen hier nachher auch noch eine Runde, oder? Nochmal gegen die, auf jeden Fall! Ja! Das ist einfach kacke, ey! Oh! Ich dachte jetzt, wenn die überhaupt noch Bock haben! Ja! Die haben Bock zu haben! Oder sollen wir hier die Folge beenden? Ich glaube, wir beenden hier die Folge einfach mal! Okay! Das ist immer auch kein bester 3! Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, ciao!